Zum dritten Teil unserer Filmreihe Ultraschall im modernen Klinikeinsatz sind wir wieder im evangelischen Krankenhaus Unna zu Gast. Wenn Sie als Patient hier sind, kommen Sie mit dem klinikeigenen Ersteinschätzungskonzept in Kontakt und können zum Beispiel Ihre Wartezeit auf Bildschirmen einsehen. Die Klinikärzte hier in Unna nennen dieses System kurz ERPath. Hören wir nun mehr im Interview. Mit diesem Programm können wir uns ganz schnell Überblick verschaffen über das, was hier in der Notaufnahme passiert und das hilft Ihnen sehr bei der Organisation, weil die Arbeit in der Notaufnahme immer mehr wird. Und wir können auch vor allem die Maßnahmen, die hier bei uns erfolgen, die können wir damit dokumentieren und können das dann hinterher auch an die entsprechenden Stellen weitergeben. Das Ganze ist so übersichtlich geworden. Man hat schnell im Blick, was hier gerade passiert. Mit einem Blick sehe ich das dann und das ist natürlich sehr von Vorteil. Dankeschön. Begleiten Sie uns jetzt in den Schockraum. Point of Care Ultraschall spielt auch bei Notfällen eine sehr wichtige Rolle. Das Team der zentralen Notaufnahme war so freundlich, uns eine Notfalluntersuchung nachzustellen. Danke an dieser Stelle dafür. Im Rahmen einer Ersteinschätzung und für eine optimierte Behandlungsbegleitung werden Ultraschalluntersuchungen am EK Unna bereits in der zentralen Notaufnahme durchgeführt. Die erweiterte FAST-Untersuchung ist eine der Hauptanwendungen des Point of Care Ultraschall in der Notfallmedizin. Innerhalb von Sekunden kann so beispielsweise ein Pneumotorax mit Ultraschall ausgeschlossen oder diagnostiziert werden. Und das mit einer höheren Sensitivität als bei einer Röntgenuntersuchung. Herzprobleme können bei der Ultraschalluntersuchung auch ohne vorherige Ausbildung zum Kardiologen schnell erkannt werden. Ein Blutungsschock oder auch Flüssigkeitsmangel ist mit Ultraschall eine Blickdiagnose auf die große Hohlvene. Selbst ein gesteigerter Hirndruck bei Schädel-Hirnverletzungen kann schnell und zuverlässig mit Ultraschall erkannt werden, was nun einen Vorteil von Ultraschall in der Notaufnahme darstellt. Besonders Anwender und somit auch patientenfreundlich. Die hier verwendeten Geräte sind mobil und somit praktisch überall einsetzbar. Ultraschall wird somit zum Patienten gebracht. Eine schnelle Darstellung in hoher Bildqualität am Point of Care kann Leben retten, erhöht die Patientensicherheit und verbessert die Effizienz der Untersuchung. Neben der Notfallmedizin findet Point of Care Ultraschall auch in anderen klinischen Bereichen wie in Intensiv- und Anästhesieabteilungen viele Einsatzmöglichkeiten. Karidio Image und Eventfilm Produktion